Ich bin 18 Jahre alt, habe einen mittleren Reifeabschluss gemacht, habe mich dann bei Bosch in Waibling beworben. Dort bin ich jetzt im dritten Lehrjahr im Bereich Mechatronik. Die Ausbilder haben sehr viel Zeit für einen persönlich und die nutzen sie auch, um einen besser zu machen und einen weiterzubringen. Als Schüler hätte ich da früher nie daran denken können, an die Jugend vorsteilzunehmen. Ich kannte den Wettbewerb auch vor der Ausbildung noch gar nicht. Und erst mit der Ausbildung bei Bosch habe ich von dem gehört und bin dann zu meinem Ausbilder gegangen und habe gefragt, wie man da hinkommt. Und da sind wir dann auf die Idee gekommen, ein Elektrofahrzeug zu bauen. Wir gestalten hierzu ein benutzerfreundliches und auch umweltfreundliches Laden des Akkus. Bosch spendet die finanziellen Mittel, die Arbeitszeit und stellt auch die Räumlichkeiten zur Verfügung und auch die Maschinen zum Fertigen der einzelnen Bauteile. Im Team ist es natürlich sehr wichtig, damit man miteinander redet und auch kommuniziert, damit man einzelne Dinge miteinander abspricht, um das Ganze zu beschleunigen. Also nach meinem Ausbildungsende im Sommer werde ich nach einem Jahr bei Bosch tätig sein als Facharbeiter. Danach möchte ich ein duales Studium mit Bosch und der Fachhochschule in Esslingen beginnen. Ich fühle mich sehr wohl bei Bosch und macht mir viel Spaß.